Ich kenne mir gar nichts hier. Mit dem mächtigen Pickaxe haue ich hier alles klein. Der Sascha ist also doch die CDU. Ulrich Haspin. Simon! War nur ein Baum, ja? Und damit herzlich willkommen zu Factorio. Ja, wir werden hier ein neues Playthrough beginnen mit zwei Mitspielern. Ihr könnt euch ja einmal vorstellen und ich gehe schon mal in die Hoseinstellung. Die Mitspieler sind schon wieder schüchtern. Das war so klar, das ist einfach geschwiegen. Ich habe erst überlegt, ob ich anfange. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte den Uwe-Joke bringen, damit du anfangen musst. Aber ja, ich bin der Verdi. Der Verdi ist Fuchs, genau. Und ich habe überhaupt keinen Plan von diesem Spiel. Ich habe immerhin schon sieben Stunden, weil wir einmal zusammen gespielt haben, Playtime. Wie glaube ich überhaupt? Sascha, stell dich auch vor. Sag hier, ich habe, ich glaube, 80 Stunden Playtime irgendwie. Und gefühlt davon waren die letzten 20 Stunden in den letzten drei Tagen. Das macht vor allem jetzt richtig Sinn, dass wir uns mit Nicknames vorstellen. Und uns die ganze Zeit mit Klarnamen anreden. Was meinst du, Weber? Was hat Sascha gesagt? So, ich habe jetzt einfach mal alles auf Standard gelassen und wir starten hier rein. Ja, das ist Standard. Ja, okay, dann. Passwort ist Standard, Passwort. Einladung, ja. Unser Schiff ist mitten auf der Kohle gecrasht. Was ein scheiß Start. Die Kohle brennt. Die Kohle brennt, das klingt so gut an. Wir haben direkt einen Freiluftofen. Wir sollten vielleicht hier erst mal selbst, äh, sich selbstfütternde Kohlebohrer machen. Das wäre die Idee, ne? Das ist Quatsch. Ja, das ist eine gute Idee. Das schaffen wir leider mit drei Bohrern nicht, aber... Das geht mit zwei. Ja, ach ja, stimmt ja. Schiffkletter hast du super. Ja, stimmt. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Bei Schiffkletter hast du drückt, passiert nichts. Dann rufelst du auf. Oh, ich hab vielleicht auf den Bohrer geschossen. Ja, moin. Ich finde es auch gut, dass wir sehen, was wir hier mit unserer Maus anfießen. Hä? Ja, ach so. Ja, moin. Hallo! Jetzt reicht's hier. Ja, schnitt. Krieg. Ja, es geht gut los, ey. Das sind schon fast Zustände wie in Amerika, ey. Ja, kriegen wir bald auch noch, wenn die Ampel... Ach, naja, lass nicht... Ich finde das auch geil. Also einerseits können wir... Ja, da bin ich jetzt aber auch raus. Wir können auf Bäume schießen. Warte, was? Und ich hab dir immer gefällt. Wie schießt man denn jetzt? Ja, warte, dadurch kriegst du, glaube ich, keine... kein Holz. Du machst sie halt einfach nur kaputt. Aber ich finde das auch geil. Guckt mal die Waffe an, die man einfach in der Hand hält. Wir sollen auch nicht unsere Muni verschwinden. Das ist bestimmt nicht die Pistole, die im Inventar gesehen wird. Doch, das ist ne Pistole. Das sieht man doch sofort. Ich hab gehört, Muni verschwinden. Okay, ich, ich, ich nehm mir die Gegner vor. Offensive ist die beste Defensive. Offen... Ja, gerne. Ich, ich bin nur... Hey. Ach, super, ey. Wo ist meine Ausweichrolle? Wie, wie, wie... Was ist hier Ausweichrolle? Ich hab keine Muni mehr. Ach, scheiße, Muni. Leute, wenn ihr sterbt, bekommt ihr neue Muni. Ja, ich hab voll frei geschaltet. Ich hör mir gar nichts hier. Mit dem mächtigen Pickaxe hau ich dir alles klein. Was greift mich dann? Das ist doch ein Bastardvieh rausgekommen. Ja, da kommt die Ampelkoalition und ich hab erstmal die Nester kaputt. Wir sind Gladiatoren. Wir sind eindeutig die Ampelkoalition. Sieht man doch. Warte mal, das muss gedreht werden. Das war halt schon hingestellt. Warum öffne ich die ganze Zeit die Karte? Ich weiß nicht, wie hier irgendwas funktioniert. Baue es ab. Bauen wir es in dein Inventar. Ja, ich weiß, aber... Das war nicht mein Problem. Ist jetzt schon ne Pumpe? Ja, ich hab auch Rohre. Und ich werde diese Rohre nicht unter der Erde machen und auf möglichst unkonventionelle Weise platzieren. Junge, wenn ich das da oben schon sehe, ne? Weiß nicht, was du meinst. Ich hab halt kein Eisen für so'n Mist. Ja, dann kauf dir Eisen. Dir ist schon bewusst, dass man die Untergrundrohre immer noch... Die Eisen. Ja, ich fordere mal eben das Todsignal hier an. Man kann die Untergrundrohre hinterher immer noch machen. Kannst du einfach nur drüber ziehen. Es verschwinden alle. Sascha hat keine Ahnung hier. Wir müssen erst mal... Wir müssen erst mal... Okay. So. Das ist perfekt platziert. Stell es nicht in Frage. Da ist halt ein paar Rohre übrig. Was war dein Plan hier? Beim Wasser. Mein Plan war, dass ich Rohre übrig hatte. Da will ich auch gar nicht drüber sprechen. Achso. Rohre übrig. Es stellt sich darüber, dass er keine Unter-Erde-Rohre bauen kann. Aber er hat Rohre übrig. Ich hatte keine Eisenplatten. Ich hatte Rohre, aber keine Eisenplatten. Du brauchst Eisenplatten für die Rohre unter der Erde. Plus Rohre. Die Eisenrohre. Warte, ich fix das. Ich hab jetzt Untergrundrohre. Kann hier das machen und dann... So. Jetzt ist alles besser. Also ich mein, man kann hier durchlaufen. Das ist doch alles, was wir wollen. Wundervoll. Sascha, wir haben Strom. Ja, hast du auch schon elektrische Bohrer? Brauchen wir das doch für ein Labor. Was redest du denn da? Ich heiße aufs Labor. Wie willst du denn an elektrische Bohrer und in ein Labor kommen? Ja, einfach studieren, Mensch. Geh doch zur Uni jetzt hier. Ja, aber dafür brauchst du ein Labor. Das auch. Und wir haben Fließbänder, die ohne Strom funktionieren. Wie machen wir das? Wir haben Hamster. Wir haben Hamster, die da runterliegen und laufen. Ja. Würde sagen, hier ist gut. Ja, ich würde den Strom jetzt doch gar nicht verlegen. Sascha, hör mal. Ich kann nicht anders. Wenn es hier Leitungen zu verlegen gibt, dann bin ich direkt am Start. Das ist grob für mich da. Warte, du kannst die da nicht einfach. Was denn? Ist doch perfekt in einer Reihe. Ja, aber so geht das aber nicht. Vor allem, es ist nicht mehr auf der Kohle drauf. Es ist perfekt abgemessen, ja? Perfekt eigentlich. Hier werden keine Ressourcen verschwendet. Jetzt ist einer schon mal ein Lab gebaut? Nein. Nein, ich bin am Strommesten bauen. Der Vorteil ist, du kannst überall Labs hinbauen, weil jetzt überall Strommesten sind. Die Frage ist, was erforschen wir zuerst? Ich würde sagen Automatisierung, oder? Okay. Okay. Yeah. Guck mal, warum das passiert? Ey, wer hat meine Rohre aus? Jetzt kann man da doch gar nicht mehr durchlaufen. Aber jetzt ist das redundant. Wenn ein Rohr kaputt ist, geht es immer noch. Sascha, nein! Sascha, wir haben keinen Strom mehr. Wir können nicht forschen. Das ist was, wir müssen Strom schauen. Jetzt hole ich mir erst mal ein paar Fische. Oh, eine Montagemaschine. Unglaublich. Warum? Sascha, ich bin die Montagemaschine, ja? Ich habe genug rote Tränke. Sascha, das funktioniert so nicht. Das hat keinen Strom. Also das ist jetzt wohl eine Frechheit. Guck mal, was meinst du da? Wer hat denn jetzt das Ding ja weggemacht? Sascha, wenn wir das hier schon bauen, dann bauen wir es wenigstens auch so, dass alles hier in einer Ordnung ist. Der hat da einfach einen Strommast hin, ey. Geht sowieso schon alles voll mit Strommasten. Die Frage ist, wo, und das würde ich jetzt schon festlegen, wo wollen wir unseren Bahnhof hinhaben? Keine Ahnung. Ich würde erst mal einen Mainbus planen. Aber es kommt danach. Keine Ahnung. Ja, aber deswegen sage ich ja, den Bahnhof zumindest planen, weil da später die ganzen Ressourcen ankommen werden. Das heißt, wir müssen ja von da ausgehen. Ja, oder? Wir könnten ihn auch links vom Eisen bauen. Der Fläche ist links besser. Dann können wir uns nach rechts ausbreiten. Dann nichts links vom Eisen bauen, weil da brauchen wir dann die Fläche. Ich hasse die Anfänger von Factorio, ey. Wo nur nichts automatisch geht. Ich weiß gar nicht, braucht man normale, war das, dass man normale Drills für den elektrischen brauchte? Nee. Meinst du normale Drills für die elektrischen? Das fand ich auch doof, weil ich wusste nie, was man mit den normalen Drills machen sollte. Ach so, ja, nee, die weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Man kann jetzt seine Werkzeuge upgraden, das ist auch interessant. Aber wofür? Das ging mir aber schon vorher, meine ich. Seine Werkzeuge? Nein. Seine Ausrüstung und so und seine Waffen, ja, aber seine Werkzeuge nicht. Du hattest immer die gleiche Axt in der Hand. Das war halt auch nie nötig, also du brauchst auch ein anderes Werkzeug, damit ich manuell Uran hacken kann. Ja, weiß ich nicht, ob das auch so sinnvoll ist. Nee, Eisenplatten. Das ist sinnvoll. Wir haben keinen Strom. Ach du Scheiße, Stromausfall. Ja, ich bin dran. Hier liegt auch noch Holz. Holzi. Warum nicht da überhaupt Holz? Und hier liegt Fisch? Sascha, guck es dir an. Bin ich nicht wunderschön? Ja, wunderschön machst du das. Wundertotig. Ich freue mich. Die Frage ist, wo schmeißt du die ganzen Kack-Miner hin, die mit Kohle betrieben werden? Hör mal, du bist hier unser Electric-Electric-Drill-Boy. Wie wärst du, wenn du hier mal bei Kupfer mal weitermachst? Warte, ich muss erstmal meine Miner loswerden. Ich hab einen Platz für die Drills gefunden. Alles klar. Das ist jetzt das Monument. Ich hab keine Electric-Drills mehr. Was brauch ich denn dafür? Ja, dann brauchen wir welche. Ich brauch alles dafür. Hast du noch Kupferplatten? Jetzt hab ich nur was Kupfer. Ich hab grad die Kupfer-Scheiße abgebaut. Ja, natürlich brauch ich Kupfer. Warte, ich hab noch ein paar Platten. Ich hab 102, aber ich hab kein Eisen. Ich glaub nur, das reicht irgendwie nicht. Ja, warte. Oh, es reicht. Ich kann damit 22. Hier, ich leg dir ein bisschen Kupfer, ey. Das ist auch ganz effizient. Hast du's doch, oder? Kann man nicht handeln? Ja, doch. Du kannst das mit Steuerung auf mich klicken. Oh, Kupfer. Oh, boah, das ist auch ganz effizient. Jetzt weiß ich mal nicht, wenn man Kupfer ehrtzt macht. Weh, aber komm mal her. Was? Ey, nix. Alles gut. Kann ich dir die Blueprint geben? Warte mal. So, du bleibst dir. Ich hab keine Blueprint. Ah. Du hast eine Blueprint bekommen. Ich hab eine neue Blueprint. Ich hab eine neue Blueprint. Hier hast du noch eine. Ich hab die da hingelegt. Warum sind Blueprints überhaupt Items? Das frag ich mich allerdings auch. Warum gibt's nicht so eine Blueprint-Tasche? Warum hab ich jetzt... Was? Was? Was denn? Ich hab... Das sind deine Blueprints. Hör auf. Warum ist das denn ein Blaupause-Buch? Ich hab... Was denn ist das? Warum? Ihr verpisst sich doch. Wie spritet man. Warum? Kannst du mir mal bitte sagen, warum du das so gemacht hast? Weil der Splitter, das ging nicht anders so mit dem Splitter. Ja, aber wieso? Das geht nicht anders. Du kannst es doch auch einfach hier reinziehen. So, was ist das Problem? Du hast genau den gleichen Effekt, nur dass es schöner aussieht. Das ist doch scheißegal, jetzt machst du es halt unten. Das ist doch vorher... Ja, ich weiß, du hast recht. Ja, ich hab nicht so gedacht. Mein Klin funktioniert anders. So, hier, bitteschön. Waaah! Nein! So, wir haben jetzt... Ne, wir haben noch keinen Kupfer. Ich muss das Ganze noch verkabeln. Ähm. Was? Nein, ich will keine... Nein, auf gar keinen Fall... Nein, hör auf! Ich will... Nee, was soll ich denn jetzt damit? Hier, Sascha, nimm das. Nee, verpiss dich. Was willst du von mir? Hä? Kann ich das nicht? Nein, kannst du nicht. Hilf mir lieber hier den ganzen Scheiß... Was soll ich denn mit befeuerten Greifarm? Die hab ich gerade aus Versehen gemacht. Warum gibt's in diesem Spiel keine Mülltonne? Gibt es doch. Ja, wo... Ja, das ist... Das Herz da hier oben zählt nicht. Andere Spieler übrigens auch nicht. Hä? Mayonnaise ist auch kein Instrument. Hä? Was passiert, bin ich... Mayonnaise ist gut für you. Ich hab einen Mülleimer gefunden. Ach, super. Bitte, ba... Ja? Er stellt sich vor als Ferdifuchs und rettet sie als Extrombiturum. Echt? Pass mal ein. Das ist die... Ich hab genau gesehen. Und, funktioniert das? Ja. Oder? Ich bin einfach gecrushed. Oder krieg ich das zurück jetzt? Ach nee, ich krieg's ins Inventar. Du kriegst es ins Inventar. Okay, dann hab ich ne andere Idee. Ich hab Angst. Ich verteil das jetzt hier einfach unter den Blueprints. Wer auch immer das dann baut, ist dann verbunden. Ja, wer wird das wohl baut? Aus den Augen, aus dem Sinn? Magst du mal diese Kiste hier aufheben? Nee, nee. Ich meine, alternativ findest du gleich ganz viele Steine im Inventar, wenn du hier die Eisenfabrik baust. Was ist das? There is no in-between. Kann man eigentlich auch Stacks ablegen? Wär zu einfach. Ich kann's ja auch einfach auf den Laufbändern verteilen. Dann werden sie halt weggetragen. Ihr dürft jetzt erstmal Bohrer bauen, bis ihr schwarz werdet. Ich hab 16 Dampfkessel gebaut. Ach, das ist gut. Ja, die Umwelt merkt's. Ja, bevor wir gleich irgendwas machen können. Das ist Quatsch. Die ganze Base einfach vernichtet. Keine Sorge, ich kümmere mich jetzt um alles. Ich auch. Hier werden keine Viecher einfach auf uns drauf gehen. Ich hab alles im Griff. Nimm dich beim Wort. So, hier die erste Hälfte Kupferläufe. Oh nein, er hat gar nichts im Griff. Wie, ich hab nichts im Griff. Was willst du? Das ist für ein Todes-Message. Brauch mal, sind da drei Türme, die auf mich draufkotzen. Ich hab doch eine höhere Reichweite als die. Was soll das? Aua. Ich lass einfach nebenbei Munition craften, während ich schieße. Das ist voll effizient. Ist das okay, wenn ich Besuch mit nach Hause bringe? Wenn ich irgendwo in Ruhe Döner esse. Nein, Simon, ist es nicht. Also Simon ist unser Minister für Verteidigung und Rohstoffgewinnung. Ich bin die FDP. Was erwartest du? Und ich bin einfach nur Energieversorgung. Top. Ja. Ich bin RWE. Du bist SPD. RWE. Du bist rot, du bist SPD. Sascha ist die Grüne. Ich will die Welt auf dem Weg, wenn ich Brüder aufbauen kann. Vor allen Dingen, ich hab die Farbe gewechselt. Achso, Sascha ist jetzt die CDU. Ja, dann passt das wieder. Ist das, statt irgendwie hier Munition zu erforschen, sollten wir vielleicht lieber mal Lampen erforschen. Das ist nämlich wichtig. Lampen, ja. Vor allen Dingen, Sascha, weißt du, warum ich auch weiß, dass es vorher nie Stahlwerkzeuge gab? Ja. Weil man fucking Stahl braucht, um das zu researchen. Also legit, du researcht das mit Stahl. Ja, ich weiß. Das gab es auf keinen Fall vorher. Man hatte immer nur die Tränke. Toll. Endlich. Lampen erforscht. Die wichtigen Dinge im Leben. Jemand hat die eingereiht und ich hab die direkt an erster Stelle platziert. Das ist wichtig. Und während der Sascha jetzt weg ist. Ey, ich hab den extra in Rohre eingebaut. Warum hast du das weggemacht? Während der Sascha jetzt weg ist, können wir ihm ganz viel Zweig geben. Wie kann man denn, wenn was geht? Mit Steuerung-Links-Klick. Du kannst jetzt praktisch die Fische hier aufsagen. Ich hab Headset auf, ihr Arschle, ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hör euch. Ja, ich hab mit Weber geredet. Ja, ja. Seh ich grad. Ich würde erstmal alles abschließen, was rote Tränke erfordert. Und dann können wir zu den Grünen übergehen. Solange wir überhaupt noch keine manuelle, automatische Produktion haben. Ich schmeiß bestimmt die scheiß grünen Dinger da rein, wenn wir keine grünen Dinger herstellen können. Ja, aber lass doch erstmal gucken, dass wir die rote Produktion fertig bekommen, bevor wir in die grüne Produktion übergehen. Ja, ich weiß. Das fand ich gut jetzt. Hä? Das fand ich gut. Geil, oder? Ja. Ich sag so, als würde ich ja die grünen Dinger. Und der so, ja genau, lass erstmal die roten. Ja, ist klar. Ja, aber irgendwer schmeißt da ja grüne Dinger rein. Ja, ich aber nicht. Sascha, du bist hier Verdächtiger Nummer eins. Wir können jetzt auch Radare machen. Weber, wenn du den ganzen Strom, den wir haben, jetzt mal zum, äh, also verbrauchen möchtest, dann kannst du einfach ganz viele Radare. Nein. Ich hab euch doch nichts getan. Ich werd sterben. Wie, du hast dir nichts getan. Du bist da hingelaufen. Das reicht. Er greift den Stein an. Ich komm nie aus auf das. Es ist sehr interessant, das Verhalten der Tiere hier zu beobachten. Frage ist, was macht es danach? Jetzt seh ich's nicht mehr, weil Weber aus der Reichweite gelaufen ist. Hey, das Licht ist angegangen. Kann ich auch sagen, dass das... Oh, das muss immer anbleiben. Ich würde alle drei an der Sven nicht tun. Warum seid ihr so stark? Was ist denn da dein Plan, Sascha? Eisen oder Kupfer und die Kohle da oben trägt. Der Sascha will wieder nur Landerschließung betreiben. Der Sascha ist also doch die CDU. Always a spin. Wieso sehen wir hier drüben was? Was? Weil ich da überall gerade eingekloppt hab. Aber die werden kaputt gehauen. Ja, dann ist das so. Die werden so was. Nee, warte mal. Die geben keine Emission von sich. Nein, aber wenn die Käfer sich zum Angriff bereit machen, dann rennen sie auf und sie kommen an den Radaren vorbei, dann greifen sie die an. Ja. Radare sind sogar ein beliebtes Ziel von den Viechern. Ich mein, ist nicht schlecht, um so einen Überblick zu bekommen. Du kannst aber zum Beispiel auch einfach 20 Millionen Radare nebeneinander bauen und so wie die funktionieren, ist, die schalten nach einer Zeit immer ein Fleckchen frei. Ja, wir brauchen jetzt grüne Potions, weil wir haben jetzt alles erforscht, was rote Potions angeht. Ein paar hab ich schon da reingeschmissen, 70 oder so. Das ist versetzt, verdammte Scheiße. Wie hast du die denn ganz... ...fach ausschaut? Toll, ich kann's hier nicht hinsetzen, weil die Blutwind zu groß ist. What the fuck? Hauptsache, die Fische sind jetzt mit dem X markiert. Die einmal bitte wegräumen. Das ist alles mit dem X markiert. Das war ich. Wie mach ich das denn rückgängig? Gar nicht. Und warum arbeitet der hier unten nicht? Weil der mit dem X markiert ist? Ja, das war ein Eisenplan. Oh mein Gott, der arbeitet nicht. Ist ja richtig dumm. Das ist ja auch da auf dem Weg, wo du da alles angehalten hast. Och Sascha, du hast unsere ganze Kupferproduktion angehalten. Oh. Wie kriegt man die scheiß Xe weg? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Faktorio, cancel, deconstruction. Oh, ich hab's. Hast du? Ja. Es ist... Du nimmst einfach den... Du nimmst einfach den, äh... Deconstructor und hält's Schiff. Ich brauche noch Eisen, Simon. Deine Aufgabe da oben mit den Dingern. Ich hab mich um die Kupferkabel gekümmert. Achso, das wusste ich nicht. Das... Sascha, kümmere dich bitte um die Green Cards. Okay. Wir brauchen noch Eisen. Ja, das hier ist ein... äh... ein Fake News, ey. Übrigens, willst du deinen Lab hier so lassen, weil... da ist niemals genug Platz, damit wir alle Porsches da reinballern können. Wut? Wieso? Und es ist auch ein bisschen klein. Ich meine, da kommen sieben Potions rein. Ja. Keine Kittel, nicht passt da. Aber, wo willst du die halt dann so herziehen hier? Wenn wir alles drumherum zubauen. Deswegen der Main Boost und dann schön alles... Guck dir das mal an. Kacke aus. Guck mal, da geht noch was her. Ja, Ja, das ist Spaghetti-Scheiße hier. Alles ist irgendwie... Nichts kann man hier erweitern. Ich hab bisher immer noch alles irgendwo hinbekommen. Hast du schon mal ne Rakete abgeschossen? Ja, sicher. Sascha heute, oder... Nein, ich hab das Spiel schon durchgespielt, aber das ist, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her. Und ganz ehrlich, sobald man die Drohnen hat, kann man sowieso alles umbauen. Ach so, wenn wir die Drohnen haben. Ja, okay. Sind wir doch nicht mehr so weit von entfernt, Warte. Davon sind wir echt nicht mehr weit entfernt. Die kriegen wir schon mit den blauen Potions. Und die blauen kommen nach den grünen. Kannst du das ein bisschen niedriger? Also kannst du das auf eine Höhe mit dem Ding bringen? Das müsste gehen, oder? Das müsste theoretisch gehen, weil wir haben doch hier genau das gleiche Konzept. Hier ist ja alles auf einer Höhe, dann muss das doch auch auf eine Höhe gehen. Aber drei Teile, nicht zwei. Das wird funktionieren. Weiß ich, muss halt noch so ein Wand hier draußen, außenrum bauen. Also es geht mir ja nicht um die seitliche, sondern nur um die, you know? Du kannst ja einen Platz mehr dazwischen lassen. You know? Jetzt hab ich wieder auf dieses scheiß Blaupausenbruch gedrückt. Nee, Piss. Lass mich. Einfach Kuh. Hä? Einfach Kuh, Sascha. Kuh ist die Taste für alles. Einfach Kuh! Kuh ist die Taste für alles. Digga, das ist mir nicht bewusst, das nicht, dass man mit Kuh was ablegen kann. Digga, das hab sogar ich gewusst. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelernt hab. Ich hab's einfach automatisch gedrückt. Wie soll ich das denn auf diesem engen Scheißraum hier machen? Hä? Hä? Was denn? Guck doch einfach, wie es bei mir ist. Das hat doch auch funktioniert. Wenn du auf der gleichen Höhe bist, müsste das genauso gut funktionieren. Und hier ist noch mehr als genug Platz, um hier noch mehr zu machen. Es gibt irgendwo eine Option, wo du den Stromverbrauch richtig anzeigen lassen kannst. Ja, nein. Ja, nee, stimmt. Das hast du recht. Nein, ich gucke mal hier. Ich sehe ja, Leistungsabgabe ist bei allen jetzt bei 100 kW von 900. Hier ist das. Wenn du auf den Strommast klickst. Die scheiß Radare. Die scheiß Radare. Aber ich hab ja gesagt, die hauen richtig rein. Aber die Labore werden auch richtig viel verbrauchen. Die laufen halt im Moment nur nicht. Die, die laufen nicht. Soll das denn? Ja, die, wir haben keine Tränke. Wir brauchen die grünen Tränke. Da musst du von Hand bauen. Wir sind ja gerade dabei, die zu automatisieren. Ich baue mal 15. Ja, das hilft leider nur nicht. Nachbar zur Arbeit. Also ich sag mal so, um eine Forschung abzuschließen, brauchen wir 200 insgesamt. Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel davon. Das heißt, wir brauchen noch 150. Das ist Quatsch. Du da jetzt gleich drei Stück rein, dann ist das schon fertig. Genau. Bedingend, ich würde die anderen einfach von oben rein tun. Und dass sie die dann von oben nach unten, weißt du, so crossmäßig verteilen. Ja, das ist doch der Plan. Deswegen liegen die doch da oben. Ich mein, ich hab's um eins versetzt, weil da jetzt keine Arme hin können, aber... Ja, deswegen das meine ich. Da kommen keine Arme hin. Aber das sind ja noch so fern in der Zukunft. Das war jetzt auch mehr so... Das war jetzt... Aber jetzt machst du auch noch den falschen weg. Ich weiß eh nicht, ob ich hier oben noch Labore inbauen werde. Also... Du könntest auch unten reinpacken. Außerdem müssten, außerdem müssten dafür auch die Labore weiter auseinander. Weil zwischen denen jetzt auch gerade kein Platz für einen Arm ist. Oh, jo. Oh, seh ich. Das ist schlicht. Aber wie gesagt, das dauert noch drei Tränke lang. Ich glaube, bis dahin sind wir noch eine Zeit lang beschäftigt. Ich leg schon mal hier ein Lab hin, aber dann bist du fast da. Oh, ein Mini-Lab. Liebling, wir haben die Labs geschrumpft. Okay, dann müssen wir erstmal was ganz Wichtiges... Automatisierung 2. Dann müssen wir erstmal was ganz Wichtiges erforschen. Nein, war natürlich ein Scherz. Mit sowas wollen wir gar nicht anfangen. Züge. Züge. Was man nicht hier alles so im Wald findet. Ich weiß nicht, was du weißt. Oh, guck mal, ich habe ein natürliches Workommen an... An... An Burner Insurters gefunden. Ach so, Burner Insurters. Wo kommen die denn her? Sie bevorzugen gerne Morsbäume, weil sie denen besser die Flüssigkeit insühen können. Wie ist das denn da hingekommen? Die Frage ist halt, wollen wir beim Eisen das schon direkt hier in Platten umwandeln? Oder wollen wir das Eisenerz fördern? Oder wollen wir beides machen? In dem Fall würde ich halt ein Eisenerz vorkommen, weil wir haben die eigentlich auch ziemlich optimal nebeneinander. Dann können wir zum Beispiel sagen, dass... Ich glaube, da oben ist das größere auch, also von der Fläche jetzt her. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass wir erstmal die Platten hier in der Base herstellen. Öl haben wir hier echt nicht viel auf der Karte. Wir haben wirklich die beiden vorkommen links und rechts neben uns und dann da oben. Das, was aber auch nicht sehr viel ist. Und dann da oben. Das links ist ja viel mehr, aber ich glaube, man braucht auch gar nicht so viel. Wenn wir das da von links einfach mit Rohren rüberziehen in unsere... Oder wo auch immer wir das herstellen wollen. Aber dann brauchen wir halt schon Verteidigungswelle. Aber die braucht man so oder so. Ist scheißegal, ob wir es mit dem Zug liefern lassen oder nicht. Oh, ich liebe Artillerie, ey. Hast du schon mal einen Artilleriezug gebaut? Nein. What? Artilleriezüge, das ist das geilste überhaupt. Dann setzt du einfach irgendwo so einen Bahnhof hin, so an mehreren Stellen. Also halt überall, wo deine Züge langfahren, machst du dann praktisch so einen kleinen Nebenbahnhof, wo dein Artilleriezug hinfährt. Und dann fährt er da immer zwischendurch hin. Dann werden die ausgerichtet und dann werden einfach alle Basen in so einem riesigen Umfeld einfach weggesprengt. Alter. Das ist so geil. Das ist vor allem, wenn du dann siehst, der Zug fährt so in den Bahnhof ein und dann richten sich diese Artilleriezüge aus. Das ist immer so episch. Ja, die hinteren Öfen kriegen nicht mal was. Ich meine hier auf der anderen Seite. Warte mal, was ist du? Ich geh hier. Ja, das ist schnell genug. Der braucht, glaube ich, 16 Sekunden für einen Stahldreh. Ja, ich weiß nicht. Oh, du. Renn von mir weg. Dann vorher direkt neben mir. Warum musst du auch diese kack schwarze, graue Schrift? Das sieht man gar nicht. Hier ist so. Warum ist hier ein Stein drin? Wo ist ein Stein drin? Hier, hier in dem Ding war einfach ein Stein drin. Weil irgendwer einen Stein auf die Plattform hier ist auch ein Stein. Hier ist auch ein Stein. Hier sind überall Steine drin. Ja. Warum haben wir nicht genug Eisenklappen? Ja, auch. Im Märchen wird uns gewundert, warum die scheiß Produktion nicht schon in den Stand geht und überall sind hier Steine drin. Ich glaube, hier liegen auch ein paar Steine. Das werden wir uns wahrscheinlich noch mal wundern, sobald wir das Ding hier bauen. Ja, super. Ach, ich hasse den. Warum tust du das? Ich hatte Steine im Inventar und wo wir von Steinen reden, ich habe doch wieder welche im Inventar. Weißt du, was wir rein theoretisch machen könnten? Was ist denn? Wenn das Erzverkommen hier weg ist von den Steinen, einfach hier so Steine hinlegen. Also guck mal, da haben wir noch ein Erzverkommen. Das sieht halt einfach fast genauso aus, ey. So, 25 Engines, das reicht für einen Zug. Haben wir schon Autos? Müssten wir doch haben. Das war eigentlich in der Forschung drin, aber wo sind die denn? Warum ist er denn nicht bei den Zügen dabei? Ansonsten wäre es eine Option, direkt erstmal rumzufahren und alle Gefahren erstmal zu beseitigen mit dem Auto. Sollten wir irgendwo feststecken, was ich versuche zu vermeiden, dann auf die Viecher? Ja, ja. Aber ansonsten, die Türme können wir an sich auch stehen lassen, die sind halt scheißegal. Feuer frei. Ja, ich kann das auch einfach reinziehen. Fuck, 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 hier ist ein Stein. Sascha! Ja! Ich habe versucht, den Stein wegzuschießen. Vielleicht nicht die Bissi. Ja, ich weiß nicht, ob der Kofferraum lost ist. Ich glaube, da ist komplett alles im Arsch. Shit. Und jetzt erschieße ich dich. Peng. Peng. Was ist denn das hier unten? Display Panel. Was kann das? Das ist ja witzig. Yay. Auf Karte anzeigen. Guck dir das mal an. Es ist ja auch überhaupt nicht groß oder so. Das Reinschreiben, wo es nicht mehr angezeigt wird. Ich werde jetzt einen halben Roman schreiben, um zu schauen, ob wirklich alles von diesem Text, den ich hier schreibe, auch später angezeigt wird. Denn das wäre sehr lustig, weil diesen Text, der hier nun steht und von mir geschrieben, wird auf dem Display Panel angezeigt zu bekommen. Wir werden sehen. Punkt, Punkt, Punkt. Am besten auch auf Karte machen. Aber warte, ich glaube, dann muss ich den wegmachen. Always show. Da wird aber nicht alles angezeigt. Ach, die Scheiße, hava mal drüber. Ja, ich weiß. Ich habe es aufgestockt. Toll, danke. Dieses Klonk-Geräusch. Scheiße, Karat, mehr Schaden bekommen als ich, ey. Dieses Klonk-Geräusch. FIERON! War nur ein Baum, ja? Wie konntest du den Baum nicht sehen? Ich habe den gesehen, aber ich dachte, ich wollte es ein bisschen spannend machen. Spannend? Wie haben wir denn noch fünf Hälfte oder sowas? Ich sehe das doch. Wir sind noch bei der Hälfte ungefähr. Ich kann ja auch mal in so ein Nest reinfahren, das macht auch ordentlich Schaden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man aus dem Auto, ich glaube, man konnte aus dem Auto Granaten werfen als Fahrer. Sehr wild. Und drive-by. Jetzt ins Nest rein! Und, und go! hat gezogen. So. Nest kaputt, Auto auf. Achso, das Auto, oder reparierst du das gerade? Ich repariere das. New, New. Ich habe übrigens keine Reparatur-Kit mehr, aber ich habe ein zweites Auto. Das waren alle Türme, glaube ich, ne? Ja, ich fahre erst mal ein bisschen weg. Oh, oh. Iyei, ich fahre noch in die Steine rein. Das, ich glaube, da kommen noch welche. So. Einfach nur, um die Viecher zu ärgern. Disrespect. Das macht gar keinen Sinn. Disrespect. Wir wollen Ihnen zeigen, was aus Ihrem Haus werden wird. Oh, oh. Ich meine, wir wollen Ihnen zeigen, äh, Hast du gerade wieder nachgeladen? Ja, gib mir das noch ein, oder, oder, was weiß ich, ich packe es in den Kofferraum, wenn wir einen Downtimer haben. Ich glaube, das macht es noch gefährlicher, wenn ich es in den Kofferraum packe. Nein, ich meine halt, so wie gerade, du hast repariert, dann packe alles da in den scheiß Kofferraum. Das war halt mein Maschinengewehr, äh, Korat. Das Maschinengewehr brauchst du nicht. Ey, siehste? Deswegen habe ich es jetzt auch in das Auto reingepackt. Warum fährst du so langsam? Wir haben keinen Sprit mehr. Ja, doch haben wir. Die Wand. Die Wand. Weil, was? Ich habe Angst auf mein Leben. Warum musst du auch rückwärts fahren? Weil, wenn ich umdrehe, die uns wieder einholen, weil ich keinen Drift hinlegen kann. zu den Geschütztürern hoffentlich haben die Magazine drin. Na gut. Alles geplant. Und jetzt wieder mitten durch die Base. Ganz gute Idee. Boah. Boah. wie es einfach scheißegal ist. Warum explodiert der eigentlich? Einfach so als Deko. Ach so, der ist eigentlich gar nicht mehr da. Warum ist der explodiert? So ist ein Holzmast. aber der hat so eine Umwandlung hier. Vielleicht ist, weiß ich nicht, irgendwas explodierendes drin. Könnte das dumm, dass man keine Blueprints setzen kann, nur weil irgendwas im Weg ist. So nach dem Thema, dann räumt es doch einfach weg. Also wir haben jetzt hier Platz am Bahnhof erstmal für eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Züge. Man könnte es rein theoretisch noch erweitern. Man könnte eigentlich mal Musik anmachen. Ich glaube, Engines braucht man sein Leben lang auch nichts anderes. Also braucht man wirklich nur einen Assembler. Ja, wobei später werden Engines, glaube ich, auch für irgendwelche Rezepte benötigt. Aber bis dahin, die automatische Produktion von Engines ist eigentlich komplett sinnlos. Ich habe übrigens eine neue Methode gefunden, um Bäume zu fällen. Funktioniert wunderbar. Meinst du damit kann man auch unsere Öfen fällen? Ja, ich fürchte schon. Bitte nicht. Ich mache hier einmal einen Balance Summit in unseren Place. Du brauchst jetzt einfach nur zweimal zwei Splitter nebeneinander, oder? Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen komplizierter als das. Ja, und die müssen sich jetzt noch verbinden. Ja, jetzt musst du die äußeren beiden noch da rein und dann hast du ja alle. Dann hat jeder mit jedem Kontakt und dann kannst du die wieder nach außen führen. Ich muss wissen, ob das richtig ist. Logisch, technisch schon. Warte doch mal. Nein, das ist, also ich kann dir sagen, dass das richtig ist. Die müssen jetzt so, dann packst du hier noch zwei Splitter vor. Ne, der muss da bleiben. so rein theoretisch, wenn man es so macht und die äußeren beiden jetzt so reinlaufen lässt, dann hast du es. Jetzt geht jede Lane einmal irgendwo rein und kommt am Ende gleich gesplittet raus. Jetzt hast du wieder vier Lanes, die alle gleich viel Eisen haben von überall. Das ist so richtig. Also, Sascha, ich kann, ich weiß, ich habe keine Ahnung davon, was du dir da anguckst, aber der Logik nach, funktioniert das so. Sieht ein bisschen aus wie ein Stundenglas. Ja, oder? Hör mal, der Zug, bewegt er sich, wenn er sich, wenn er nicht entleert ist, bewegt er sich nicht, ne? Ja, aber muss er doch auch nicht. Dafür haben wir ja die Boxen Eisen. Oh! Weil ich meine, Ja, ich meine, wenn die voll sind halt. Ja, dann haben wir genug Eisen, dann muss er sich auch nicht bewegen. Und in der Zwischenzeit werden die oben am Bahnhof gefüllt. Und wenn er dann da hochfährt, wird der ultraschnell vollgeladen. So schnell können wir das Eisenerz hier gar nicht verbrauchen. You know? Ja. Ah, herrlich, wenn die Produktion läuft. War das überhaupt ein Stein? Ich weiß es nicht, das sah verdammt steinig aus. Oh Gott, es sind so viele, dass sie uns mittendrin verlieren und dann überraschen. Granaten sind auch so nutzlos, ey. Könnte da echt 20 Granaten draufwerfen und die Nester wären wahrscheinlich nicht kaputt. Ach, die Kacke. Okay, Granate bringt nichts gegen den Baum. Die anderen sind auch da, ne? Oh, oh. Ja. Huh. Da bringt eine Granate was. Aber jetzt habe ich auch keine mehr. Die haben es einzig und allein auf das scheiß Auto abgesehen. Ich bin denen scheißegal. Ist dann von Vorteil. Einfach durchgefahren. Wie sieht es mit Munition aus? Ich habe noch 23 und da ist gerade ein Muni-Stack drin. Pass auf. Hallo, ich bin hier. Es juckt sie. Null. Oh, oh. Es juckt sie einfach. Null. Ja, war ein Stein. Das werden wir nicht überleben. Ah, guck mal. Ich habe schon schwere Panzerung. Ah, guck mal. So einen ist er. Auch so macht er hier. Ja, ohne Auto kann ich hier gar nicht. Ich brauche ich gar nicht versuchen. Da spawnen so viele Viecher jetzt. Ma. Ist ja mein Eingleich hängen geblieben, oder was? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Jemand? Wie soll ich dir helfen? Mein Auto ist kaputt. Ach so. Oh, ja, dann. Tschüssi. Hättest auch warten können, bis ich ein neues geklappt habe, was jetzt der Fall ist. Ja, aber ich hätte einfach gewartet, Simon. Die haben mich da überhaupt nicht angegriffen, oder so. Nee, wie kommst du denn auf sowas? Alles Schmerzen. Warum hattest du ein Auto im Inventar? Warum hattest du ein kaputtes Auto im Inventar? Weil ich es reparieren wollte. Warum dann im Inventar? Nee, ich wollte zu meiner Leiche rennen. Stimmt, was war das? So, sollen wir aber auch erst mal Pause machen? Oh, okay. Ja gut, das war die erste Folge von Factorio. Und wir schauen mal, ob es hier raus überhaupt was wird. Nein, wenn ihr das hier seht, dann ist natürlich was draus geworden. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber ja, Sascha, willst du noch irgendwas sagen am Ende dieser ersten Folge? Nee, eigentlich nicht. Hat Spaß gemacht und alle Aliens müssen vernichtet werden. Das Crafting muss nie aufhören. Scheiße auf die Umwelt. Natürlich nur in-game. Ich freue mich auf die Artillerie-Züge. Ich sehe sie hier gerade schon wieder im Hintergrund in dem Menü. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht. Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Factorio. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.